Ich kann die erste Fähigkeit nicht mehr nutzen. Wieso? Weiß nicht, funktioniert nicht. Verpackt. Okay. Willst du mal neu starten? Oh, warte mal. Das sind die ca. 4 Grad liegen. Ich bin sicher. Ich hab' nicht gackt. Das ist es, das letzte Virus, um ins System zu installieren. Habe das Bereich sicherlich, und ich werde das aufladen und die Tür öffnen. von 298er Videos guck doch mal hier nach den Dingern guck doch mal hier so, ich will kurz an den Skill guck doch mal hier oh, verbotene Zone wie verbotene Zone genau, von Aliens kontrolliert, Militär achso gibt es eigentlich ein Gebiet noch mit den Zombies? ich, ne also das Gebiet ja, aber nicht mit den Zombies schade ich habe nicht genug Gas hm hm okay la 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 Fight Club Auf schwer ja ja, Nein hm hm ah, nimm mal das wie du bist beschäftigt Ich bin beschäftigt. Danach bin ich fertig. Gute? Wave 1! Kale? Ich kann die Leute nicht loswerfen. Alter, was ist denn hier los? So. Vorsicht, Stampf. Ah. Habe ich dich getroffen? Ja. Komm hier nicht zu nah. Ich kann, ich hab die manchmal, da kann ich die nie wegwerfen, ich weiß nicht, warum. Woh? Hm. Komm hier erst. Ah. Hier kommen die Genki-Girls! Und jetzt kommen sie zu einer Info, dann kommen sie zu einer. Und hier kommen sie zu einer. Und hier kommen sie zu einer. Und hier kommen sie zu einer. Wolle? Nein, noch eine. Hier kommt der Boss! Hier ist der Boss! Hier ist er! Wow! Oh, will ich denn hier go? Uso, uso! Alter! Ich bin tot! Mach weiter wenn der down! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Nein, Silber! War das schon Silber? Ja! Wie viel Zeit haben wir denn nun? Nicht viel! Ja, sollen die Zeit vernünftig anzeigen? Da sieht man die auch! Der ist schon nur 3,50! Da sollen sie sagen, bis von Gold abgelaufen ist! Ja! 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 Da sieht er gruselig aus. Ich guck irgendwie eine Brust raus von meiner und du hast ein halbes Gesicht und... Ich find noch gar nicht drin. Nein, du stehst in mir drin. Jetzt hast du dich in mir gedreht. Ah, jetzt ist es okay. Guck mal ob ich einen anderen Laden finde. Vielleicht gibt's ja in anderen coole Läden. Gibt doch noch die drei Läden. Also eine Emu-Laden... Gibt doch mehr oder? Den gibt's doch auch noch hier. Was ist das denn hier? Ah, okay, ich weiß welcher da drauf war. Den Leinen gibt's doch auch noch. Hier war ich ja noch gar nicht drin. Er ist ja interessant, mal gucken. Oh Gott! Was? Wieso ist das denn hier verpixel? Wieso ist das denn hier verpixel? Da ist doch ein Rock drüber. Alles klar. Das war's. Da ist doch gar nicht nur ein Rock drüber. Habt ihr noch ein Rock drüber? Ja. Das war's. Da ist ja auch noch ein Rock drüber. Das war's. Ist doch nicht so. Was ist das eine Eierkante? Und wer hat das gemacht? Hey, können wir öfter mal einkaufen, mal gucken, was haben die sonst noch. Dann nehmen wir doch erstmal... Ne, macht ja. Oho. Sorry, let's go. ja das war schon mal ein anfang was was du drehst dich die ganze zeit ich dreh mich guckst du nach links nach rechts ok wer schreit denn hier rum das sieht aus kombination ja ich stehe vor dem roten du wappen gerade mit dem ähm du hast dir die ganze zeit hin und her schleudert mhm bei mir war das gleiche ja bei mir auch wie ja h ja ja wir brauchen noch 15 für gold alles klar ja 15 15 irgendwas wohl 15 kräse kuchen scheiße abgott was wo muss ich hin also ich krieg dann silber ja das von neu starten direkt von neu starten äh ja 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 Ach, da bist du hin, ah! Voll komisch, die Strecke. Nein, wie schon. Ich hab gedacht, wir müssen irgendwann das hin. Ich glaube, wir schaffen das. So. Nein! Was? Nein. Warum war denn noch so'n Ding zum Einsammel, so blauer? Ach so. Was? Hm, hm hm hm. Moment, war doch nicht irgendwo, oder nicht? Bleib daaa? Musst du hier gehen, oder? Was ist bei dir, die ähm... Was ist denn? Was ist denn? Ach so, der meinte ich gar nicht. Ich hab den anderen schon. Ach so. Ähm, hast du... Äh, geht dein F1 wieder? Ja, ja. Okay. Hier war ein Rift, genau. Nein, da war keins. Das war kein Rift. Das war kein Rift. Das war kein Rift. Das war kein Rift. Oh, ich hab schon. Speed Rift, okay, Temple Run. Okay, gut, Glücker. Dann geht der noch. Das geht noch. Die Strecken sind aber immer so lang, ne? Ja. Ja. Hast du schon mal runtergefallen? Nein. Bin hinter dir. Okay. Ich flieg in die Luft. Was? Ich fliege. Wie machst du das denn? Weiß ich nicht, ich bin geflogen. Ich bin gerade auch ein bisschen runtergeglitten so. Okay. Ich flieg schon wieder. Hä? Alter. Ich komm... Ich bin richtig abgehoben. Jetzt schon wieder. Ich häng in den Decke fest. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Ich darf nicht springen. Sobald ich springe, flieg ich. Ich gleite hier richtig, als ob ich hier meine Superkräfte hätte. Wiellen Sie mitmachen? Wie wollen Sie mitnehmen? Oh Gott. Wie wollen Sie mitmachen? Oh Gott, ich lege. Oh Gott, du kleinesst dir das? Es ist so zwei Rücken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es gibt mehr zu dir, als ich dachte. Bitte, weiter geht's! Du bist so eine Schräge runtergefangen, hier an zu fliegen. Ich glaube, das kann funktionieren. Wann muss ich das noch kriegen? Sind wir schon bei Silber angekommen? Ja, ja. Oder? Ne, wir machen grad Silber. Ach so. Silber, hauen wir. Hm, interessanter Wahl. Ich bin sicher. 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 Auto-Auto-Tuning Ja, das ist ja egal Hast du die umgezogen? Muss ich direkt ausprobieren Über Wasser rinnen? Ja Mit Fahrerwasser nur Coole Sache Ohja Nicht schlecht, nicht schl- Ähm, ich bin erstmal ein bisschen abgera Ja Können wir nachher nochmal weitermachen oder so Ok Ich bin erstmal raus Ja